Hi, ich bin Christianti und ich bin Carsten und wir sind von der Band Queen of Distortion. Wir sind super stolz und überglücklich, euch unsere erste Single präsentieren zu können. Und zwar am 14.05. werden wir aus unserem bald erscheinenden Album Checkmate unsere Single Nightmares veröffentlichen. Seid gespannt! Wir haben dazu auch ein Video gedreht im Studio, wo wir schön dokumentiert haben, dass wir unsere Queen fast an die Dunkelheit verloren haben. Aber zum Glück haben wir es geschafft, sie wieder ans Licht zu ziehen. Seid gespannt und freut euch!